Das Herz in die Hose, egal wie häufig das trainiert wurde, über allem liegt jetzt die Angst zu versagen. Der geht an den Pfosten und der Torwart sieht ziemlich erleichtert aus. Der Pfosten rettet für den geschlagenen Torhüter. Das Ding geht rein, Tor. Zwei Treffer Rückstand, können Sie das noch aufholen? Unhaltbarer Ball. Sie liegen zwei Tore zurück. Er nagelt das Ding an die Latte. Links am Tor vorbei. Aber eigentlich nicht schlecht geschossen. Weit über die Latte. Den hat er einfach ein gutes Stück zu hoch gesetzt. Jetzt lastet ein enormer Druck auf ihn. Trifft den Treffer und die Fans jubeln. Ein Tor noch zum Sieg. Und er trifft. Das Spiel ist vorbei. Eine absolut fantastische Vorstellung war das heute. Trainer und Fans werden mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.